Okay, wir betreten ziviles Gebiet. Wir haben eine Stunde, um wieder raus zu sein. Sollte nicht allzu schwierig werden. Wir räumen nur die Restposten. Es gibt da ein Hotel Saint-Tropez. Bis dahin wird's ein Spaziergang. Juni 1982. Der erste Tag des Krieges. Ich bin in einem Panzer. Mit drei Leuten, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie ich in diese Welt hineingeraten bin. Und wie heißt du? Schmulig. Schmulig. Lass mich nicht hängen. Und nicht, wie ich wieder herauskomme. Feuer! 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 Der Panzer ist am Ende. Ich brauche aber verdammt noch mal Hilfe. Hört ihr? Ich sitze fest mit einem unfähigen Fahrer und einem Schützen, der nicht schießt. Ich will nicht einetwegen sterben. Du hast auch einen Abzug. Feuere doch selbst. Wenn ihr da bleibt, geht ihr drauf. Er spricht nicht an. Nichts funktioniert. Er spricht nicht an. Jemand schießt auf uns. In diesem Chaos kann man nicht Krieg führen. Willkommen im V-Bannon. Roger. Der Panzer ist eine Resselung. Der Panzer war oben. Vielen Dank.